Der Equador 2 von Roli wurde wahrscheinlich speziell entwickelt, um die Funktionen des C-Boards, also die MPE-Controller-Daten zu tollen Sounds zu machen. Aber auch unabhängig davon behaupten viele, der Equador 2 wäre mit seinen sechs Oszillatoren und Sampling- bzw. Granular-Möglichkeiten der beste VST-Synthesizer unserer Zeit. Da dachte ich mir, da schauen wir uns mal genau an und dann würde ich mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr den Equador 2 zu den Top 3 der VST-Synthesizer zählen würdet oder eben nicht oder ihn sogar für den besten VST-Synthesizer unserer Zeit haltet. Mein Name ist Thomas Foster und wenn ihr mir 30 Minuten eurer Zeit gebt, gebe ich euch einen schnellen und leicht verständlichen Einstieg in den Equador 2. Schön, dass ihr hier seid. Viel Spaß! Schauen wir uns mal das User-Interface an. Hier haben wir mal oben sechs Oszillatoren, nämlich drei auf der linken Seite, eins, zwei, drei und drei auf der rechten Seite. Jeder dieser Oszillatoren kann ein Wavetable-Sampler-Granular-Synthese oder ein Rauschgenerator sein. Dann haben wir hier noch zwei Filter. Hier in der Mitte sehen wir, wenn wir so einen Oszillator anklicken, sehen wir weitere Einstellungen für diesen Oszillator. Wenn ich da nochmal drauf drücke, sehe ich ein Waveform-Display oder einen Spectrum-Analyzer, was manchmal hilfreich ist, dass man sich das ein bisschen darstellen lassen kann, was man hier macht. Hier haben wir Makros und Modulation-Panels, also ich kann quasi reinkommen, das Modulation-Wheel kann ich hier dann irgendwo hinruten, dass ich damit den Filter oder irgendwas anderes steuere, wie das Aftertouch oder das Note-Off irgendwas steuert. Hier haben wir Math in Math, da kann man ganz schön komplizierte Sachen machen, aber sehr coole Sachen auch. Also man kann zum Beispiel sagen, wenn ich das Modulation-Wheel aufdrehe, dann moduliert sich der LFO mit dem Envelope und steuert den Filter. So etwas kann man da zum Beispiel machen. Hier unten haben wir die Envelopes, hier können wir also sagen, ob der Sound einen Attack hat oder schnell da ist oder ob er beim Ausklingen lang oder kurz ist. Da haben wir fünf verschiedene Envelopes, also wir können nicht nur die Lautstärke regeln, sondern fünf verschiedene Dinge, die beliebig viele Regler steuern können. Und wir haben LFOs, hier LFO 1, wo wir also so Wellenbewegungen auf irgendwas drauflegen können, um ein bisschen mehr Modulation reinzubringen, mehr Bewegung reinzubringen. LFO 1 bis 5 und dann gibt es noch zwei sogenannte Multi-Modes, die sind aber letztendlich auch LFOs, aber dadurch, dass wir hier noch Punkte setzen können, können wir das ein bisschen komplexer ausfallen lassen. So, ja dann können wir noch verschiedene Sachen umschalten. Wenn wir also nochmal hier oben schauen, wo wir die Oszillatoren und die zwei Filter gesehen haben, dann können wir hier umschalten von Synth auf Routing. Da können wir sagen, wo die Oszillatoren hinlaufen, ob sie erst in den Filter 1 oder 2 und dann in die Effektkette 1 und oder 2 gehen. Wir haben ja die Effekte hier, da können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, also zwölf Effekte, ja sind eh durchnummeriert, da sieht man es, zwölf Effekte können wir hier einfach reinladen. Dann gibt es hier noch Global, da gibt es so ein paar, was ganz wichtig eigentlich zu wissen, mal schnell um eine Oktav transponieren, kann manchmal wichtig sein. Ja, aber auch wie viele Stimmen er hat und viele grundsätzliche Einstellungen. Das war Global und auch hier unten können wir nochmal umschalten, ob wir diese Mod Panels sehen, also was steuert die Velocity, was steuert Pitch oder Aftertouch. Oder, jetzt können wir hier umschalten auf Mod Matrix, alle Verknüpfungen, die wir gemacht haben, werden hier dargestellt. Also zum Beispiel, dass dieser Multimod den Filter steuert. So, das geht alles ganz einfach und ich zeige euch das alles sehr schnell und leicht verständlich. Schauen wir uns als erstes jetzt mal die Oszillatoren an. Wir haben gesagt, es sind sechs Stück, man kann den einfach hier einschalten, einen weiteren, jetzt haben wir zwei, eins und zwei. Und wenn ich da drauf drücke, kann ich mir darstellen lassen, was ich hier in der Mitte sehe. Also wenn ich jetzt hier auf den Einser drücke, irgendwo auf keinen Regler, sondern auf die freie Fläche, sehe ich den hier. Machen wir den zweiten wieder weg, damit das ein bisschen übersichtlicher bleibt. Und jetzt steht hier Wavetable und wenn ich da drauf drücke, kann ich sagen, als was der Oszillator verwendet wird. Der kann nämlich ein Wavetable, ein Sampler, Granular oder Noise sein. Bleiben wir mal bei Wavetable. Ja, was ist ein Wavetable? Da kann ich hier mit diesem Regler Position durch verschiedene Wavetables, die ich mir vorher laden kann, durchmorphen. Hören wir uns das mal an. Das ist ein Sinuston. Es kommen immer mehr Obertöne dazu. Diese Bewegung kann ich natürlich auch automatisieren mit einem Envelope, dass das so beim Anschlag mehr Obertöne hat als später. Oder mit einem LFO eine ständige Bewegung hat. Ja, aber wie lade ich mir jetzt diese Wavetables rein? Wir klicken hier, wo es digital steht, also rechts von Wavetable. Und da sehen wir die verschiedenen Möglichkeiten. Das Erste, was wir mal sehen, sind ganz einfache Wellenformen. Sawtooth, also Sägezahn oder Square. Machen wir mal. Und da kann ich dann gar nicht durchscrollen. Da ist dann einfach dieser eine. Aber die meisten haben eben ganze Wavetables, nicht nur eine Wellenform. Und gehen wir mal auf Basic. Oder machen wir ruhig mal was Komplexeres. Bei Digital. So, wenn ich da durchfahre. Hören wir uns noch einen an. Und da kann man hier auch mit dem Pfeilchen durchschalten. Ich würde aber jetzt doch auf einem ganz einfachen Wavetable bleiben. Auf Sawtooth, also Sägezahn. Spitze. Da können wir, wie gesagt, nichts durchscrollen. Aber wir können den Unison-Mode aktivieren, der sehr wichtig ist. Was macht Unison? Stellen wir vor, wir würden jetzt alle sechs Oszillatoren aktivieren. Mit demselben Sound. Aber ein bisschen gegeneinander verstimmen. Das können wir hier tun mit Fine. Alles ein bisschen verstimmen. Und im Panorama auch. Links, rechts. Nach links oder nach rechts geben. Dass die nicht so weit innen sind, sondern viel außen. Dann würden wir dasselbe machen, was man mit Unison macht. Man doppelt oder verdreifacht oder sogar verfünffacht die Anzahl der Oszillatoren. Und hören wir uns das im Vergleich an. Ein Oszillator. Und fünf. Jetzt habe ich schon was Wichtiges, was ich euch an der Stelle schon mal erkläre, weil das kann euch auch passieren. Beim Aufdrehen der Regler sollte man schauen, dass man das Handsymbol hat. Denn wenn man diesen Doppelpfeil hier hat, dann aktiviert man die Modulation. Wie das genau geht, zeige ich euch später. Jetzt achtet einfach mal drauf, dass ihr beim Aufdrehen der Regler diese Hand hier habt und nicht diesen Doppelpfeil, wie man mit dem Doppelpfeil arbeitet. Dazu kommen wir später noch. So, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Jetzt machen wir es richtig. Jetzt können wir sagen, wie stark die gegeneinander vertunt sind. Mit Sprite können wir die auseinanderziehen. Ja, und da schaut man natürlich, dass es nicht zu schräg klingt, außer man will eher einen Soundeffekt machen. Also das wäre zu viel. Auch hier habe ich schon wieder dieses Modulation aufgedreht, was ich gar nicht wollte. Das kriegen wir jetzt mal ganz einfach so weg. Die Funktion, die ich gerade gemacht habe, erkläre ich euch später noch. Jetzt haben wir den schön ein bisschen gegeneinander verstimmt. Und auf einmal klingt es viel fetter. Vergleichen wir nochmal. Ein Oszillator. Fünf Oszillatoren, indem wir hier Unison aufdrehen. Also, das bringt schon viel. Weiters haben wir die Möglichkeit, FM-Modulationen zu machen und Ring-Modulationen. Dazu geben wir hier sogenannte Sources an. Damit sind die Oszillatoren gemeint. Also, ich sage jetzt der zweite Oszillator. Da muss ich ihn erstmal aktivieren. Und jetzt, den wollen wir gar nicht hören, drehen wir mal Level weg. Und jetzt wollen wir hier Source 2 wählen und FM-Modulation betreiben. Da muss Level doch aufgedreht sein. Da kommen noch ganz viele Obertöne dazu. Wollte ich euch kurz zeigen. Alternativ können wir auch Ring-Modulation machen. Nehmen wir mal auch Source 2, also den zweiten Oszillator her. Und damit man da was Spannendes hört, muss man wahrscheinlich eher. Ja. Gehen wir mal weiter. Das war jetzt also der Wave Table. Damit ist es also ein richtiger Synthesizer. Ich schalte ihn mal aus und gehe zum nächsten. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt noch haben. Sampler. Da können wir also Samples laden. Da ist schon eins geladen. Wenn wir da draufdrücken, kommt eine riesen Bibliothek mit analogen Synthesizers, die gesampelt werden. Da U6 wird der Jupiter 6 sein. Ja, den kann man da schön dazu mischen. Und da können wir hier sagen, ich hätte gerne eher einen Canular-Sound oder einen Key-Sound. So ein normales Klavier vielleicht. Aber wir können auch selber samplen. Dazu muss ich hier mal ganz kurz einen Ordner aufmachen, wo ich was vorbereitet habe. Und jetzt drücken wir da nochmal drauf, wo wir den Sound geladen haben. Also hier auf den Namen, wo jetzt Baby Grand steht. Und hier droppen wir unsere Samples rein. Und da habe ich schon vorbereitet, dieses Sample hier. Thomas Foster, Musikproduktion. So, das ist, Moment, so, dann sieht man das auch. Und jetzt ziehen wir dieses Sample da rein. Zack. Und anwählen müssen wir es auch noch, indem wir hier OK sagen. Da seht ihr, ich habe das schon mal importiert, deshalb steht es jetzt zweimal da. Ja, da spielt es auf der Originaltonhöhe ab, auf dem C4. Kann aber auch runtergehen. Ja, was er einen Sampler halt so macht. Wir können das fein tunen. Das ist auch der Grund. Ich mache da mal einen Doppelklick drauf, dann springt der genau zur Mitte. Jetzt ist es das C3. Normal ist es das C3. Ganz in der Mitte von unserem Keyboard sollte das liegen. Okay. Jetzt klicke ich hier drauf, irgendwo ins Leere vom zweiten Oszillator, damit die Einstellungen aufgehen. Da können wir mal, wenn wir sehr leise Samples haben, die um 12 dB boosten. Unabhängig von der Lautstärke, die wir sowieso hier einstellen können. Aber es ist einfach angenehmer, wenn man so ein leises Sample hat, dass man das einfach mal am 12 dB lauter macht. Und hier die Startposition einstellen. Musikproduktion, Musikproduktion. Also da kann man die Startposition wählen und auch das kann man automatisieren. Und bei jedem Abspielen eine andere Startposition haben, was zu spannenden Ergebnissen führen kann. Besser als dieser Mickey Mouse Effekt, den ich gerade aus Versehen hier ausgelöst habe. Gehen wir zurück vielleicht. Also nein, wir wollten, bleiben wir ruhig dabei, das ist der Sampler. Selber samplet man nur, legt man nur ein Sample auf die Tastatur, aber es gibt auch Multi-Samples. Nämlich, wenn ich selber welche lade hier aus der Bibliothek, dann sind da durchaus auch Multi-Samples dabei. Sprich, da ist ein eigenes Sample für den tiefen Bereich. Manchmal sogar für jede Taste, das weiß ich jetzt nicht, wie genau diese Samplings sind. Das ist bei jedem Sampler verschieden, aber für jeden Bereich halt ein eigenes Sample. Damit das nicht, wenn man es zu tief abspielt, wie der G.J. Vischer Jr. klingt, den wir damals in Österreich hatten. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr noch wisst, wer G.J. Vischer Jr. ist. Aber man könnte auch Darth Vader sagen. Okay, jetzt gehen wir weiter. Wir hatten jetzt also die Wavetables, den Sampler. Jetzt schauen wir uns die Granularsynthese an. Er will ihn nicht zu ins Detail. Da gibt es online ein eigenes Video, wo wir das wirklich ein ganzes Video lang erklärt wird. Die Idee ist prinzipiell, es werden kleine Positionen geloopt. Und man kann hier die Position verstellen. Ich stelle es mal so ein, jetzt habe ich wieder den falschen erwischt, das wollte ich nicht. Ich stelle es mal hier so ein, dass der nicht mehr Stereo ist. Und dann machen wir hier, dass der Bereich kleiner ist. Beziehungsweise, Entschuldigung, das können wir auch hier einstellen. Das Schöne ist, im Vergleich zum Sampler, wenn ich jetzt mehrere Töne spiele. Dann sind die alle gleich schnell, weil sie ja denselben Bereich loopen. Also da kann man ganz tolle Sachen machen. Granularsynthese ist gerade für Filmmusik, macht es sehr mystische und tolle Sounds. Solltet ihr mal ein bisschen rumspielen und schauen, was ihr damit machen könnt. So, als letztes haben wir hier noch das Noise. Und da gibt es Pink Noise, Quackle und White Noise. So klingt das Weiße und so das Quackle. Da können wir die Dichte einstellen. Ja, das sind mal die vier Möglichkeiten, die jeder dieser sechs Oszillatoren hat. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wie immer könnt ihr den anklicken und seht hier weitere Einstellungen mehr, als die, die auf dem Oszillator drauf sind. Man kann sie ausschalten, einschalten, muten, Solo hören. Ja, jetzt haben wir nur einen, das ist schlecht zu demonstrieren. Aber wenn ich jetzt den noch anmache. Ah ja, dann hören wir den Solo. Super. Jetzt wollen wir uns mal die Filter anschauen. Und um das zu machen, müssen wir ganz kurz einen Blick auf das Routing werfen. Denn sonst funktioniert das vielleicht bei euch nicht, wenn ihr an einem Sound seid, wo das Routing anders eingestellt ist. Deshalb klicke ich hier mal kurz auf Routing. Da können wir für jeden Oszillator, das ist jetzt hier mein erster, einstellen, wo der hingeschickt wird. Ihr könnt ihn direkt zum Ausgang schicken. Ihr könnt ihn direkt zur Effektkette 1 oder 2 schicken. Oder zum Filter. Und dann können wir sagen, ob die Filter parallel oder seriell geschaltet werden. Also will ich alle zwölf Effekte hintereinander machen, um mehr Effekte zu haben. Oder will ich sie parallel, damit ich zum Beispiel den Oszillator 1 in die Effektkette 1 schicken kann und den Oszillator 2 in die Effektkette 2. Das können wir hier mit dem Routing machen. Von Haus aus gehen alle in den ersten Filter und das sehen wir hier unten. Der Filter geht in FX1, also hier in die erste Effektkette. Dann, weil sie eben nicht parallel, sondern seriell geschaltet sind, geht es von da weiter in die zweite Effektkette und von da zum Stereo-Ausgang. Ja, meistens kommt man mit der Einstellung auch tatsächlich hin. Aber es ist toll, dass es anders geht. So, genau. Jetzt haben wir hier den Filter und da schalten wir gleich mal den ersten Filter ein. Und da hören wir schon, drehen wir mal am Cut-Off. Wieder aufpassen, dass wir nicht dieses Pfeil-Symbol haben, sondern das da. Resonanz kann der Sound bekommen. Mit Drive kriegt er noch ein bisschen mehr, ich sag es mal vereinfacht, Power. Und wir können hier noch so einen Filter aktivieren, wenn wir Ton dazu machen, können wir nochmal zusätzlich zu dem Hauptfilter Höhen High-Pass und Low-Pass hier machen. Das ist schon recht umfangreich, aber vor allen Dingen wichtig, dass wir die Filtertypen hier umstellen können. Also nicht nur Low-Pass, was die tiefen Frequenzen wegnimmt, sondern auch High-Pass, was die tiefen Frequenzen wegnimmt. Habe ich es jetzt vorher falsch gesagt? Der Low-Pass nimmt die hohen Frequenzen weg. Der High-Pass, den wir jetzt haben, nimmt die tiefen Frequenzen weg. Und dann gibt es noch so außergewöhnlichere Filtertypen wie Comp. Und Wave-Folder. Bleiben wir beim normalen 24 dB, der gefällt mir gut. Okay, und jetzt schauen wir mal weiter, hier weiter runter zu den Envelopes. Was sind die Envelopes? Wenn ich die Taste drücke, dann läuft diese Bewegung hier ab. Und die typischen Regler, die man hier hat, ist ADSR. Und da können wir jetzt mal schauen, A, da sagen, Entschuldigung, ich habe da einen Ton gedrückt. Bei A sagen wir, wie schnell er da ist. Also wenn A, das heißt Attack, auf Null ist, dann ist er sofort da. Wenn ich da aufdrehe, jetzt dauert es eine Sekunde, bis er da ist. Wenn wir da reinklicken, können wir dem auch noch eine Kurve geben. Gehen wir wieder runter. D und S ist Decay und Sustain. Sustain ist eine Lautstärke. Machen wir mal ganz runter. Und Decay regelt, wie lange er braucht, um dort hinzukommen. Und weg ist er. Das geht aber auch schneller. So kann man einen schönen Plugged-Sound machen. Und drehen wir da wieder auf. Oder wir können auch sagen, dass er Sustain jetzt, dass er nicht ganz runter geht, sondern auf der Hälfte stehen bleibt. Und dafür ein bisschen schneller und mehr Pluggy. Kann man auch ein bisschen eine Kurve geben, damit es noch schneller geht. Release ist, wie lang klingt er denn nach, wenn ich die Taste loslasse. Machen wir mal zwei Sekunden. Achtung, ich lasse los auf 3, 2, 1, 0. Ah ja, da klingt er schön nach. Okay, stellen wir das wieder zurück. Es gibt noch andere Typen ADR und AD, ADR etc. Aber ganz so ins Detail wollen wir hier nicht gehen. Spannend ist jetzt auch noch der LFO. Nehmen wir mal diesen hier. Der macht also so eine Bewegung rauf, runter, rauf, runter. Und jetzt müssen wir, damit wir den überhaupt mal hören, müssen wir diesen LFO verknüpfen. Wir müssen damit etwas modulieren. Und was bietet sich da an? Zum Beispiel der Filter. Sagen wir also mal, ich möchte diesen Filter hier mit diesem LFO bewegen. Dann klicke ich hier einmal auf den LFO, damit der aktiv ist. Und jetzt kann ich bei jedem Regler, also auch beim Cut-off vom Filter, mit diesem anderen Pfeilsymbol, was ich jetzt schon öfter erwähnt habe, aufdrehen. Und jetzt seht ihr schon, dass sich das bewegt. Nämlich genau so, wie ich es hier eingestellt habe. Das Wichtigste, was wir mal regeln können, ist die Geschwindigkeit. Wie stark er das tut, stellen wir hier ein. Wir können ihn auch umstellen, die Polarity von Uni auf B. Dann geht er nicht nur von da weg, wo der Regler ist, nach oben, sondern nach oben und nach unten. Deshalb ist er immer mal kurz ganz weg, weil er so weit runter geht, dass der Filter geschlossen ist und wir ihn gar nicht mehr hören. Brauchen wir jetzt nicht. Gehen wir wieder zurück auf Uni. Also wenn wir Sync aktivieren, dann können wir die Geschwindigkeit nicht mehr in Hertz einstellen, sondern in Notenwerte. Punktierte, Triolen oder normale Notenwerte. Ich gehe mal auf Achtel. Eins, zwei, drei, vier, eins, eins und zwei und drei. Und das sind schöne Achteln. Und jetzt können wir auch noch eine andere Wellenform wählen. Was sich bei sowas natürlich anbietet, ist diese Falling Sawtooth. Und dann kann man hier schon... Rhythmische Sachen spielen. Wir haben hier ein Routing gemacht. Und dieses Routing können wir uns mehrfach anschauen. Zum einen können wir mit der rechten Maustaste hier draufklicken. Dann sehen wir, der LFO 1 steuert mit dieser Menge, mit 43, diesen Filter Cut-Off. Und jetzt kann man hier sogar noch auf Edit gehen und dem ganzen Kurven gegen, dass das anders ausschaut oder so. Da kann man ganz viel machen. Will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber ganz wichtig ist noch, also mit der rechten Maustaste draufdrücken, um es zu sehen. Hier können wir es auch löschen, diese Verknüpfung. Und wenn wir, wo ist es, hier auf Mod Matrix gehen, sehen wir alle Verbindungen. Und da ist natürlich auch hier der Cut-Off mit dabei. LFO 1, Cut-Off. Also da sehen wir alle Verbindungen. Und können sie auch wieder einstellen oder auch löschen. Um wieder zurückzukommen, drücken wir hier wieder auf Mod Panels. So. Was haben wir uns noch nicht angeschaltet? Also auch die Envelopes können wir natürlich nutzen, um alles Mögliche zu steuern. Nehmen wir mal den Envelope 3, um den Filter zu steuern. Ein bisschen mehr. Ein bisschen schneller. Vielleicht bleiben wir da unten stehen und machen es noch schneller. Nicht ganz so viel Resonanz. Okay. Ihr seht, wie einfach ihr das einstellen könnt. Einfach aktivieren. In dem Fall den Envelope 3. Und hier aufdrehen. Und das geht auch, wie ihr seht, mit jedem anderen Regler. Und das geht auch mit den Multi-Modes hier, wo man viel komplexere Dinge einstellen kann. Da kann man einen richtigen Arpeggiator draus machen, weil das ganze Ding auch in 16. Ich kann hier ein Grid machen, das in 16. Und ja, da kann man ganz viele tolle Sachen machen. Will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail, denn etwas würde ich mir gerne noch mit euch anschauen. Ich würde gerne... Wie klingt das, wenn wir den locken? So, auch ein bisschen... Okay. Gefällt mir. Gehen wir auf die Effekte. Und wir kommen hier rein und können jetzt da zwölf Effekte machen oder eben manche Oszillatoren nur in den oberen oder nur in den unteren machen. Wie schon erwähnt, das würde man hier unter Routing umstellen, ob die parallel oder seriell oder samt oder mixt agieren. Wir bleiben jetzt mal in diesem Mode und holen uns mal als erstes... Was haben wir denn da schönes? Einen Beat Crusher. Sobald ich einen aktiv habe, sehe ich hier die Möglichkeit, was ich einstellen kann. Machen wir so eine leichte Verzerrung rein, die uns noch ein paar Obertöne bringt. Dann könnten wir noch einen Delay hier machen. Schauen wir mal. Hier, Simple Delay. Reicht uns. Der hat leider keinen Filter. Vielleicht nehmen wir den wieder raus und ersetzen ihn durch einen Model Delay. Und den machen wir Sync, damit das rhythmisch ist. Und stellen ihn auf Achten. Und filtern ihn ordentlich. Vorsicht. Okay. Sehr schön. Und einen Reverb will ich noch haben. Wo haben wir einen Reverb? Big Reverb klingt doch super. Wichtig ist immer der Dry-Wet-Regler, der sagt, wie viel ihr diesen Effekt dazugebt. Also ob ihr nur Hall habt, einfach mal viel Hall oder gar kein bis wenig Hall. Und schon haben wir hier unseren ersten eigenen Sound programmiert. Mein Name ist Thomas Foster und das hier ist mein YouTube-Channel Thomas Foster Musikproduktion. Und wie der Name schon sagt, dreht sich hier alles um das Thema Musikproduktion. Ihr findet hier Tutorials zu den wichtigsten Musikprogrammen wie Apple Studio, Ableton Live, Cubase, Logic und viele mehr. So wie zu den wichtigsten Plugins und Produktionstechniken. Passend dazu gibt es auch meinen gleichnamigen Audio-Podcast, also auch Thomas Foster Musikproduktion, welchen ihr auf Apple Music, Spotify und anderen Plattformen für Podcasts kostenfrei hören könnt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne hier in den Kommentaren stellen oder ihr kommt in meine Facebook-Gruppe Thomas Foster Musikproduktion German Group. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like hier, das kostet nichts und mir hilft es, diesen Channel aufzubauen. Beziehungsweise abonniert meinen Channel, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn ihr auf der Suche nach spannenden Sounds seid, dann testet doch mal den Mute-Channel-Player. Die Basis-Version ist gratis und ihr werdet die Sounds lieben. Den Link dafür findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Musik produzieren ist meiner Meinung nach eines der coolsten und kreativsten Dinge, die man tun kann. Und ich freue mich, wenn ich euch dabei unterstützen kann. Danke fürs Zuschauen und immer kreativ bleiben. Cheers!